Bestimmt Lipikus. Bestimmt ist Lipikus, der... Ach so, die Map ist das. Die Map ist das. Ja. War komplett verwirrt. Wir machen mal Putsch. Ja? Was hast du gesagt? Okay. Also jetzt ist es halt komisch, also ich habe Amarillo in die Landung gefunden, aber Chiara habe ich gerade noch oben gesehen. Die ist jetzt tot. Nun weiß ich nicht, ob das Loverkill oder ob die beiden Zeitwurzeln sind. Ja, wo sind denn alle? Ich bin hier unten links. Also Chiara ist halt hochgelaufen, zum Grund. Jetzt ist sie halt auch tot. Ja, ich bin Richtung die Straße, Fabrik und sowas die ganze Zeit. Ich bin beim Pier. Ah, oder Pelikan. Also Amarillo liegt halt tot da. Ja, gut. Entren Pelikan könnte halt sein jetzt, ne? Also... Jore müsste dann vom Pelikan gefressen werden sein, weil ich habe sie gerade erst verlassen. Ich bin im... am Harp gestartet. Ich bin gerade erst bei der Grippershütte. Sie ist nach oben weg. Wo ist Keksi? Ich bin am Pier. Ich hänge noch raus, oder? Das ist ne gute Frage. Entschuldigung. Hm. Keksi will nix sagen. Ne, irgendwie nicht, ne? Vielleicht will er einfach nur nicht mit euch reden. Was? Ja, was? Wie, was? Ach, Keks ist zu leid. Ich muss Keksi schon laut. Ich habe schon darüber nachgedacht. Ich auch. Aber ich weiß nicht, wo... Ne, Keksi habe ich schon ganz laut. Ich muss alle ganz laut. Leider beschäftigt, sorry. Bata Maria. Kennst du das Lied? Das ist doch gut auf dem Web. Bitte? Das ist jetzt mein Pierhafen. Der Pier. Pierhafen. Der Pier. Es ist interessiert. Es ist illegal. Der Pier. Ach, Nööööööööö, der Pelikan ist der, der überlebt. Bata Maria Ich weiß noch, wo du warst Das war nicht der Pelikan Ah, du bist es Ihr habt noch Cooldown Pech Ihr habt alle gekillt